Hast du darüber nachgedacht? Willst du ein Kind von mir? Was kriege ich, wenn ich Ja sage? Scheiße, verdammt sogar! Joachim! Eines haben alle derzeit etwa sieben Milliarden Menschen auf der Welt gemeinsam. Entschuldigung. Keiner von uns weiß, wohin das Leben uns führen wird. Hören Sie, hören Sie! Ich muss nach Paris. Ich werde so lange hier bleiben, bis ich mein Ticket habe. Na Gott, doch mal, ich zahl das! Okay? Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Dann sind Sie die Frau aus Deutschland. Egal, was zwischen Ihnen gewesen ist. Das ist mein Mann. Wie lange dauert so ein Koma? Monsieur Albert? Ich erhebe mein Glas auf den Mann, der sich entschieden hat, meine Würste um die Welt reißen zu lassen. Wir verdienen am Kredit und am Wertzuwachs der Albert-Aktien. Ah, hallo, ich habe Sie nicht gleich erkannt. Glauben Sie Menschen wie Sie und mich, gibt es nur einen Flughafen? Keiner glaubt, dass sich sein Zustand verbessert. Ich kann mich doch jetzt nicht auf jemanden einlassen, nur weil ich ihn scharf finde. Wieso sollte man sich denn sonst auf jemanden einlassen? Sie sind doch schon längst tot. Glauben Sie das wirklich? Oder sagen Sie das nur, weil das irgendwie schick klingt? Ist das deine Art und Freundschaft? Hä? Ich habe dir geglaubt! Du wolltest doch mit ihm glücklich sein. Aber das heißt nicht, dass ich hier bereit bin... So eine Verantwortung zu übernehmen? Für den Mann, den du geliebt hast? Wir alle bekommen ein einzigartiges Geschenk. Das Leben. Sie müssen ein ebenso einzigartiges Leben führen, damit Ihnen dieses Geschenk nicht entgeht. Oder.